Das ist ganz eindeutig. Ah, jetzt kommt das. Wie nehme ich denn hier? Welche Taste habe ich denn... Ja, genau. So, jetzt versuch ich... No! Genau, versuch, dass genau das nicht passiert. Jetzt muss auf die andere Seite. Jetzt haben wir natürlich den glücklichen Erfahrungswert. Und gerade nochmal die Taste. Drücke ich die ganze Zeit? Man muss auch in die Richtung von dem Ding. Das ist natürlich... Ja, der hat schon zwei Punkte. Und... Jetzt kannst du alles wieder einholen. Ich habe es gerade aufgeschaut. Ich werde hier rumgezickelt. Ich bin doch nur ein hilfloses Mädchen. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude für diese Erde, auf der wir wohnen. Jaby auch, ne? Also im Original von, wie ist sie, Michelle? Ja, Michelle. Das war fies, das war hinter der Linie. Bist du faul? Ja, aber absolut. Chiri, ey. Ah, 3 zu 15, das geht noch. So, im nächsten Spiel rockst du. Hoffe ich mal. Wenn es das ist, was ich denke, dann ist es Button-Mashing. Schon mal... Ja. Button-Mashing und in die richtige Richtung. Nein, 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 sag mir nicht, dass du das jetzt verkackst. Ey, er geht nicht rüber! Du hast so gut gestartet. Komm, den Küsse nach den Küsse nach. Lass dich nun nicht von dem anderen herkriegen. Den Küsse nach den Küsse nach den Küsse nicht mehr. No! So knapp. Schade, 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 schade. Tschüss. Ich will es spannend machen. Ja. Mit 25,8. Das Problem ist nur, wenn du jetzt verlierst... Eher die Nahtroh. So, das ist... Jetzt nehme ich dir tatsächlich einen Tipp. L und R. Das habe ich mir gedacht, weil die haben sich anders angehört als die anderen. Und nicht warten, einfach durchgehen. Ich drücke einfach. Aus die Krämpfe. Irgendwann. Deswegen habe ich es gerade mit den Daumen gemacht. Ah, der Krampf. Aber du bist vor ihm. So, und jetzt einfach irgendeine Taste zum Springen. Ja, nicht so. So, genau. Und einfach weiter, 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 weiter. Ah, der Schmerz im Finger ist allgegenwärtig. Aber du hast es geschafft. Und er könnte sogar noch ver... Nein, schade. Er wäre fast nicht mehr mit der Zeit ausgekommen. Ja, fast. Aber ich glaube, das hat nicht ganz gereicht. Na... Es war sehr knapp, auf jeden Fall. Irgendwie. Ja, und damit bist du jetzt leider raus. Äh... Ja, drück mal irgendwas. Na, jetzt darf ich mir nämlich den ganzen Rest wahrscheinlich noch antun. Aber... Let's fail halt. Ja, ach. Mein Gott. Ach ja. Ich habe hart gekämpft und es hat irgendwie nicht geklappt. So, jetzt muss ich gegen Dave. So, gibt es jetzt andere Spiele? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Er schießt du auch? Er schießt mir, wenn er dich sieht. Oder haben wir gar nicht. Oder einfach mal ganz schnell hintereinander. Oh, nein. Nein. Ich bin am Exit vorbeigelaufen, oder nicht? Bin ich doof? Eigentlich ja. Ich glaube, du bist da rein. Bin ich doof und du sagst eigentlich ja. Dankeschön. Super. Das war auch eigentlich so gemeint, aber... So viel Rückhalt habe ich hier. Ja. Bitte. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt hin kriegen. Oh. Na, fuh. Könnte. Das könnte. Ja, es geht dran vorbei. Oder? Wo ist noch? Nein. Zu langsam. Das gibt es doch nicht. Es gibt es nicht. Aber er hat es auch nicht geschafft. Jawoll. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ne, da gehen wir mal lieber weg. Bisschen rollen, rollen, rollen. Dritter Punkt. Oh, er hat auch schon drei. Ja, aber später als ich. Nein! Das gibt es nicht. Ah, verdammt. So, da. Vierter Punkt. Er hat fünf verdammte Hakenau. Der ist am sechsten dran. Der ist am sechsten dran. Am sechsten am dransten. Ja, aber er schafft das nicht im Gegensatz zu mir. Ich bin nämlich viel, viel cooler. Weil, ich bin blau. Und blau ist eine coole Farbe. Ja! Sieben! Haha! Ich bin blau, ich bin cooler. Bitte. Ja. Ich möchte hier nichts unterstützen. Nein, es geht einfach um die Farbtemperatur. Also blau kälter als orange. Orange? Ja, ich stehe immer noch hinter ihm. Ich weiß. Ah, aber das wird sich jetzt ändern. Oder, ach nein, 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 nein. Jetzt kommt dieses Lock, Lock, wie er mit sich spielt. Ich kann mich jetzt hier im Quäben hinsetzen. Ja, du kannst dich nach hinten... Ach nein, 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 nein. Das will ich doch gar nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Aua. 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 Ja, jetzt. Ah, das könnte was werden. Du bist natürlich wieder hier den Dummen. Nein, nein, er hat gerade auch angefangen zu schleifen. Ja, ja, aber ich habe mich aber er hat durchgezogen. Hörtiges, Hörtiges! Oh. Und da kriegt er den. Ich glaube es nicht. Schockabui! Ja, so muss das. Ich möchte daran erinnern, meiner konnte springen. Ja, Tatsache. So, ich habe gleich eine lustige Idee für den Eliminator. Das letzte Spiel. Nimm dir einen Scheiß bei, danke. Nein, du gehst weg. Ha, ha, ha. Verarscht. Du schmeißt das schon da rein, danke. Ach ja, ich muss auf die andere Seite. Uuuhuuhu. Wieso, der ist zweimal und dann von der selben Seite? Oder ist er zwischen so einem... Ach, zu Boden gegangen. Verdammt. So, los geht's. Oh, jetzt fängt man mal durch an zu röcheln. Geh mir da rein und geh mir da wieder zurück und schmeiß mir da rein. Nein! Du Mist, was soll denn das? Wie kann ich denn das verfehlen? Das ist ungefähr 300 Pixel groß. Nein, das gibt... Wie kann denn sowas passieren? Das Spiel ist einfach unlöslich. Unlöslich. Un-unlöslich? Ja. Ist nicht... Nicht wasserlöslich. Nein, das... Das gibt's nicht. Das ist Schiebung. Ist das doch... Unfaire Mittel. Es ist, als wenn du zwei Meter vorm Tor daneben schießt. Ist das eigentlich... Aber ich bin immer noch vorhin. Hö, hö. Na dann. So, ich fang schon mal an, mich aufzuwärmen. So, los geht's. Ja, los geht's, sag ich. Ah, gut. Wie kann's denn sein, dass der Cap von ist? Da häng ich auch gerade. Der hat mich hier fast, der Arsch. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Ah, so. So, und jetzt mache ich das Lustige, was ich heute für's letzte Spiel. Ah, nee, das war fast forward. Ah! Jetzt geht's ab, ja. Ich glaube, so schlecht hast du nicht drücken. Ich glaube auch, das war eine scheiß Idee. Okay, resetten wir die Geschwindigkeit mal kurz. So. Verdammt. Ich habe... Warum war jetzt bei mir kein Gegner? Die hat Mitleid. Danke. Gleich rot. Und nein. Ich habe verloren, ich habe verloren. Wir sind einfach keine American Radiators. Ja, das ist richtig. Wir sind German Beer Drinkers. So, alles klar. Gut, das war's. Wir gucken jetzt nochmal eben kurz, ob Dave oder Rod. Okay, das Spiel startet neu. Wenn wir es nicht weiter schaffen, wir wissen nicht, ob Dave, Rod oder Leslie oder wer auch immer gewonnen haben. Ja, damit verabschieden wir uns dann. Wir sind keine American Gladiators. Wir sind keine. Mit diesem schönen Bild, äh, und tschüss. Tschüss.